Hallöchen und Fick und willkommen zu einer weiteren Folge Craft-Attack 4, heute zusammen mit der Yves. Juhu! Juhu! Wie deine Aufnahme läuft die ganze Zeit? Ja, ich mach das, weil das muss ich mal hier raus tappen und so und ich spiele Vollbild und dann mach ich die einfach immer an, weißt du? Ah! Das war vorhin auch schon bei Skates, so da lief die auch schon und wir haben uns einfach schon beömmelt, bevor die seine auf... Ja, das ist immer so, denn man nimmt nicht auf, hat mega, mega das coole Gespräch, ist lustig drauf, lacht wie sonst was und dann geht die Aufnahme los. Hallo, willkommen zu der nächsten Folge. Genau. Wer bist du nochmal? Alles klar, nice to meet you. Das ist manchmal dieses Phänomen, was Aufnahmen angeht, wenn man außerhalb der Aufnahmen ist man sehr oft komplett anders drauf und hat lustigere Situationen als in den Aufnahmen, das finde ich sehr oft sehr schade. Ist das bei dir? Bei mir ist das nicht so. Ich habe das sehr oft, ja. Okay. Stimmt, du bist vorhin noch viel lustiger gewesen. Ich finde es sehr schade, dass du nicht zu meinem Geburtstag kommen konntest. Muss ich nur noch mal erwähnt haben. Ja, also muss ich auch sagen, ich war sehr, sehr traurig. Ich habe an dem Abend, als ich wusste, dass die Party ist, habe ich auf der Couch gesessen und habe mir die ganze Zeit vorgestellt, ja, dass jetzt endlich die geile Partys sind. Ich bin nicht eingeladen. Also noch nicht mal eingeladen. Ich habe die doch eingeladen, Yves. Ich bin nur nicht gekommen. Du konntest ja nicht, weil du doch einen Termin beim Frauenarzt hattest. Ja, genau. Abends um die Uhrzeit. 20 Uhr, ja. Ja, aber das ist so. 20 Uhr. Premium Termin beim Frauenarzt. Ja. Premium. Okay. Was habt ihr denn Schönes gemacht? Ja. Dann lass uns jetzt mal zum anderen. Ja, sorry. Ja, ich weiß, dass du mit mir nur wegen Frauenarzt sprechen möchtest, aber das kann ich dir leider heute nicht erfüllen. Ja, ich trau mich da halt nicht hinzu. Ich habe halt Angst. Oh Gott. Nachher erzählt ihr mir, dass ich schwanger bin. Was soll ich da machen, Yves? Was? Erklär es mir. Gedankenschwanger bist du. Nein. Oh Gott, ich glaube es nicht. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Jetzt. Erst ich oder erst du? Lass mich kurz überlegen. Du wohnst, glaube ich... Ich war schon mal bei deinem Haus. Ah, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Also ich bin ja nochmal umgezogen. Du wohnst... Wie nochmal umgezogen? Du wohnst auf einem Berg oder in einem Berg, an einem Berg oder bist du da nicht mehr da? Da fiel gerade was vom Himmel. Das war ich. Hallo? Und schlug hart unten auf. Dann war es doch nicht. Also in der ersten Folge bin ich auf einem Berg gelandet, wo ich erst leben, wohnen und arbeiten wollte. Aber da bin ich immer runter gefallen und dann bin ich doch mal umgezogen. Ich wohne jetzt... Ich lebe diese Boote in der Mitte, ne? Was? Boote? Ich lebe diese Boote in der Mitte, ja. Ich gönne mir die immer. Wie kannst du dir einfach mal... Ach kommst du vom Spawn oder was? Ja, immer. Immer. Ich mag den Spawn. Ich mag das sehr. Ich finde das mit der Elytra mega, mega cool. Okay. Ich glaube ich habe das gerade sogar gesehen. Okay. Sehst du gerade auf einem Berg? Nein. Das muss einer von den anderen 20 Leuten sein, die online sind. Aber warte mal, ich... Oh shit. Jetzt werde ich selber hier runter gefallen. Ich gehe mal auf meinen Balkon. Balkon. Von dem ich nämlich fast eine... Ach, jetzt habe ich auch so eine Erde... Du wohnst in der Nähe von Revi, frage ich so. Ja, genau. Wenn du mit der Elytra fliegst. Im Prinzip rechts... Rechts in den Berg, bevor es zu Revi geht. Mehr oder weniger. Boah, ich bin so ein schlechter Erklärbeer. Ich stelle mich jetzt... Auf jeden Fall Petri. Da wohnst du. Ach so. Da ist der Wasserfall oben, ne? Äh... Aber Petrit ist... P- 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 Petrit ist schon nicht schlecht. Du musst aber runter gehen vom Petrit. Zu Elbe runter. Hallo, Yves! Ah! Wo? Yves? Ah ah! Was? Yves, gewohnt? Jetzt sag mal nicht, dass Rotpilz hier wohnt. Hier wohnt Rotpilz. Ach doch, das ist Rotpilz-Design. A- es ist ähnliches design. Glaube ich wie bei mir. Da bist du jetzt... Hä? Wie bist du denn von... Ach du bist an Petrit vorbeigeflogen. Nein, ich bin Ownerreport weggeflogen. Du bist... Ah da wohnst du! Da, da, das unter Petri... A- ah Nein! Ich war ja lieb! Ich wollte gerade noch den Wassereimer setzen! Verdammte Scheiße! Das passiert mir ständig! Ich war gerade am gucken, wo du bist und in dem Moment war auf einmal der Berg zu Ende! Yves, ich fliege jetzt an dir vorbei! Ich fliege nochmal vorbei! Hallo Yves, Hallo! Yves, wieder hoch! Was machst du denn? Oh nein, ich will nicht landen! Ich will meine Sachen wieder haben! Ich hatte 16 Levels! Und das ist natürlich... Das heißt doch Level und nicht Levels, oder? Level! Ein Level und zwei Level! Das hast du dich bei Candy Crush! Candy Crush! Hier ist ein Skelett mit dem Schwert! Die Fahrt fliegt! Ich flüchte mit dem Boot! Warte! Hier ist alles voll und warte! Ich geh doch lieber in mein Haus! Ich wollte auch sagen, der König Reh, wie hat sein Versprechen wahrgemacht, hat mir eine Dia-Rüstung vorbeigebracht! Die zieh ich direkt mal an, wenn ich jetzt Early retten gehe! Du brauchst mir aber nicht retten! Ja, aber das wäre schon schön! Pack, mein Schwert ist weg! Ich habe übrigens bei Skate ein Lama bestellt, ein rosanes! Was? Rosanes Lama? Ja, du kannst da so einen Teppich drauflegen, ein rosanes Geschirr! Moment, mal ganz andere Frage! Es gibt Lama! Es gibt Lama! Ach, das Skelett hat mein Schwert! Deswegen ist mein Schwert weg! Warte, warte, ich komme gleich! Yves, ich bin ein Mann! Ja eben! Das wäre doch schön! Das sind meine Schuhe! So Yves, ich komme jetzt mal rüber zu dir! Mach mal die Musik weg! Die geht mir direkt auf den Sack! Was für eine Musi denn? Musik, nicht Muse! Die Musi! Guck's Yves, ich kann mich wehren! Komm, pass auf! Hast du gedacht, der ist ein Skelett oder was? Hä, wo sind meine Pfeile? Ach, die habe ich schon dabei! So, jetzt pass auf! Jetzt, pass mal auf! Jetzt werde ich dich retten! Mit meinem tollen Bogen! Yves, Pissbogen! Boah ey! Du bist ja immer noch nicht da! Wo soll ich dich denn holen? Wie findest du den Weg? Fehlen Treppen oder Slabs? Bist du jetzt bei... Ansonsten ist der Feind! Herr Early Boy! Gute Idee, das ist ich! Ja, was ist mit mir? Hallo Yves! Ja, hallo! Ich glaube, alle hängen zu viel mit Kunga rum, weil alle wie Kunga reden! Nein! Das war Yoda! Achso! Naja, mit ich! Yves, wo bist du denn? Ich komm jetzt zu Revi und hol dich ab! Weil du kommst jetzt bestimmt von Felix, ne? Rotpils! Ich bin jetzt bei Revi, ja! Ja, pass mal auf! Ich geh mal bei Revi ins Haus und kacke ihn mal kurz auf... Was? Ja! Wann sehen dann die Rails so aus, wie sie aussehen! Hast du nen.. Hast du nen Texture Pack? Ja-hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo! Oh! Hat deine Rüstung noch含leriать? Ey, ey! Mending! Das gibts gar nicht auf Rüstung, ne? Aber warum heilt die sich wieder? Klar, die Manning. Klar geht Manning. Du brauchst ja nur XP sammeln. Geil. Armut, toughness. Keine Ahnung, was das ist. So, was machst du denn jetzt? Komm, ihr Lieben. Eldelire Herbert Manfred Günning. Eldelire. Eldelire. Oh, da kommen minha Ideen für die nächsten Folgen. Da kommen minha ganz vielen Ideen für die nächsten Folgen. So, soll ich dir erst das Hub zeigen? Ich möchte mir was zeigen, das Hub. Okay, geh mal da rein. Hey, mein Ohr ist weg. So, wir gehen jetzt durchs Hub. Ich bin zum ersten Mal im Never. Ja, guck dir das mal an. Du kommst direkt raus. Hier, bei Revys Portal. Gibt es da ne Leine? Kann ich dich nicht hinter mir herziehen? Kann man in Lava baden? Kann man an dem Boot ne Leine machen und den anderen ziehen? Das wäre mega cool. Wie so ein kleiner Karren. So, pass auf, das ist... Ich finde es immer noch schade, dass du nicht zu meinem Geburtstag gekommen bist. Ja, ich bin auch total traurig, aber an der nächste Geburtstag kommt ja bestimmt, dann lade ich dich erstmal wieder ein. So, das ist meins. Das wird noch ein Herz. Und hier ist dann zum Beispiel... Das ist Spark. Hier. Hallo. Du bist so unaufmerksam, mein kleiner Racker. Oh, hier ist Eisen drin. Danke. Guck, und hier ist Skate. Ach, Jolli, jetzt komm. Was? Wo, wo, wo? Okay, hier ist Skate-Insel. Okay, Skate-Insel? Hier ist, äh, äh, Spark? Wo wohnt Skate? Ich glaub, ich mach dir nächstes Mal so ne, 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 so ne... Was? Wo bist du denn schon wieder? Ich bin grad bei Skate. Alter, Early! Oh, das ist echt so... Alte Eve! Wo man immer wie im Supermarkt hinterherlaufen muss, wo man wieder... Wo sind wir? In nem Regal rumräubern muss. Weißt du nicht, wo Skate wohnt? Doch. Nein. Ach, Early Boy. Kleiner, kleiner Early Boy. Hier ist Skate. Skate hat sich wie so ne krass Floating Island hier ausgeacht. Ach, der wurde... Moment. Vom Spawn im Prinzip, wenn du da jetzt runterspringst, das du natürlich nicht machst, ähm... Ah, der wurde hier drüben, da drüben... Ah, haha, genau, nehm ich, pass auf, pass auf, pass auf, dann muss ich dir erklären, vielleicht kennst du die Geschichte noch gar nicht. Ähm... Oh, oh. Da drüben, da, wo du dieses bewachsene Feld da siehst, da hinten, ne? Ja. Da wollte ich ursprünglich wohnen. Aha! Ah. Da hab ich angefangen, ne, als es losging, hab nen Baum abgebaut, hab mir Schilder gebastelt. Das erste, was ich gebastelt hab, war Schilder. Hab da dann draufgeschrieben, hier und Early Boy. War weitermachen und drei Minuten später kommt noch einmal ein Dehner von hinten, tötet mich und baut alle meine Schilder ab. Hahaha. Arschloch. Und der wohnt ja jetzt nicht mal da. Ja! Der wohnt ja jetzt nicht mal da. Das, boah, einfach nur ein bisschen Randale gemacht, ne? Ja! Ich komm mal her, ich zeig dir jetzt mal, wo ich wohne. Bist du hoch oder runtergelaufen? Bin hoch. Hoch? Ja. Äh. Ja hoch. Achso. Weiter hoch, weiter hoch. Nach oben. Oben, 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 ab, ab, ab. Ja, was jetzt? Letztlich nackt. Wollte einsteigen? Ja, aber du musst vorher nackt sein. Warum? Nur so. Ich hab nicht genug Platz in meinem Inventar. Achso. Oder? Warte mal doch. Sonst hätte ich mich nach hinten gesetzt. Äh. Steig ein. Was? Steig ein jetzt. Warte. Ich muss Platz machen. Was muss ich alles? Ich will den Scheiß doch gar nicht haben. Soll ich denn damit? So, Eve, bist du bereit? Bereit oder nicht? Ja, oh Gott. Bitte nicht. Bitte nicht sterben. Ich hab alle meine Diamanten. Ah! Alter. Ja, okay. Mit dem Boot kann ja nichts passieren eigentlich. Ah. Eigentlich sagst du. Eigentlich. Ja, mit Early ist alles möglich. Nichts ist unmöglich. Eigentlich müssen wir mal wieder GTA spielen, oder? Äh. Ja. Das können wir auch mal wieder machen. Mal so, so was anderes GTA mäßiges. Nicht dieses, wie mit Danu ist zwar cool. Aber ich würde auch gerne mal einfach GTA spielen und so ein bisschen Quatsch machen. Das fehlt mir so ein bisschen. Ja, so ein bisschen rumräubern einfach. Ja, so ein bisschen rumräubern. Genau. Das machen wir. Höh? Hab ich mit meinem dicken Hintern das Boot kaputt? Ach ne. Folgen sie mir. Was hast du ja gesagt? Nein. Moment. Leggings. Ich muss mich wieder anziehen, damit ich schick aussehe. Das. Wohin. Warte, warte. Du darfst noch nicht fliegen. Ja, okay. Mach ich nicht. Warte. Ich komme. Nein. Ach so. Ja. Du musst. Du musst die Chest ausziehen, ne? Um Elitras zu haben. Hopp. Was? Soll ich was einsammeln kommen irgendwie? Ich glaube, die meisten Sachen sind unter Wasser gelandet. Das ist ein Problem. Also soll ich runterspringen und was einsammeln? Das ist doch nichts unter Wasser. Doch, es liegt doch unter Wasser. Early pearly pearly? Ja, wenn du unter Wasser was findest, wäre das nett. Oh Gott, soll ich echt hier runterspringen? Oh Gott, wenn mein ganzes Diazeug dann weg ist. Ja, geht schon schief. Einmal im Wasser landen. Ist ja gut. Was sagst du jetzt so einfach? Okay, ich spring jetzt. Ach du Scheiße. Boah, ich kotze. Ich kotze. Oh Gott, ich kotze. Oh. Hab schon alles eingesammelt. Hallo Eve. Hallo. Hey, hast du mich gehauen? Nein, das war ein Tittenfisch. Ja, das sind die Friedliwissen. Ne, das sind Krabscher sind das. Was passiert denn hier? Weiß ich nicht. Ich hab XP von dir eingesammelt. Was hast du von mir eingesammelt? XP. Eben! Hast du alles schon eingesammelt? Ne. Soll ich noch runter tauchen? Wie? Wie hat Erli die ganze Zeit Schaden gekriegt? Das ist so geil. So ein richtiger Erli. Da oben liegen Sachen von mir. Wie komm ich da jetzt ran? Da oben? Ja, du kannst abspringen zwischendurch. Was liegt denn da? Pfeile? Mir fehlt alles. Was ist das denn hier? Neue Spenden eingetroffen. All-G-Time. Mir fehlen voll viele Sachen. Wo sind die alle hin? Regex haben wir hier noch. Unter Wasser vielleicht? Warte mal, hab ich irgendwas eingesammelt? Ne. Ach, das ist doch zum Kotzen. Das ist jedes Mal das gleiche hier. Wo bist du denn? Ich schwimme gerade unter Wasser und guck mal, ob hier noch was ist von mir. Ach, da. Ich seh mit meinem Text-Drop-Pack halt unter Wasser so nichts. Deswegen müsstest du mir sagen, wo. Oh fuck, ich sterbe. Oh fuck, ich sterbe. Nein. Mein Herz. Oh, ein Herz. Brauchst du was zu essen? Hast du zu essen eingesammelt? Ja, ich hab was. Jetzt ist die Frage, wo sind meine Sachen hin? Mir fehlt ein Stack Holz. Mir fehlt... Pfeile. Die Pfeile sind hier oben. Mir fehlen meine Schuhe. Also Pfeile kleben hier oben an dem Turm, wo es hochgeht. Das sind aber nur so... Ich glaube, das ist gar kein Stack. Das sind irgendwie nur so ein paar. Das würde ich jetzt mal nicht riskieren, da hoch zu hüpfen. Kannst du ja... Ne, kannst du die hochbauen? Oh, hallo Tintenfisch. Diese bösen Tintenfische, ne? Ach hier, guck mal. Stack Holz hab ich. Ja, voll. Ähm... Ein paar Pfeile. Was? Wo musst du das her? Was denn? Ein Eimer? Ne, das ist Rotpilz. Wo ich was... Wo ich was her hab? Beide Sachen. Was mach? Was? Alter, was? Scheiße! Alter, fuck! Und jetzt respawn ich hier! Alter! Alter, mein ganzes Dia-Zeug! Mein ganzes Zeug! Ich flipp aus, ey! Wie komm ich jetzt am schnellsten wieder hin? Mit dem Boot. Ja. Alter, nein! Ach, Yves! Ach, Yves! Ach, Yves! Oh, du musst mein Dia-Zeug einräumen. Deswegen brauch ich kein Dia, weil ich sowieso... Aber das ist so kacke, das muss irgendwie noch... Ähm, da muss ich mal mit Noah noch sprechen. Da müssen wir so eine Schleuse im Prinzip haben, wo manche an der Seite rausfällt aus dem Strahl. Ja! Weil das ist, äh, ein bisschen doof dann. Wenn man da zur Seite rausfällt. Da kann man ja nicht mal was für dann. Außerdem, glaub ich, bin ich grade rausgefallen, weil Felix da mit rein ist. Äh, nein, er hat dich geschlagen. Äh, er hat mich auch noch geschlagen. Super, jetzt nimmt er sich auch noch mein Zeug oder was. Wo ist denn hier ein Boot? Nee, der ist weg. Scheiße. Yves, du kannst doch wohl ein Boot basteln oder nicht. Ja, aber ich hab vergessen, was einzupacken. Und jetzt bin ich hier schon an der Küste. Verdammt! Och, Mann! Early, du... Ich sammle deine Sachen gerade ein, keine Sorgen. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich hab DIA-Rüstung gefunden. Cool! Ja! Krass, das hab ich auch in dem DIA-Sachen. Ja, du kriegst doch sowieso vom König noch welche. Was? Ja, der König hat doch versprochen, dass jeder Bürger von Metropolia oder wie auch immer er es nennt, äh, DIA-Rüstung bekommt. Die hab ich doch vom König bekommen. Aber du musst natürlich auch was spenden, ne? Hast du das schon gemacht? Was muss ich denn spenden? DIAS. Wohin? Drei. Äh, da gibt's irgendwie so ne Kiste, du kannst ihm die einfach geben. So, jetzt pass auf, ich komm mich wieder. Mir liegt überall Zeug rum, ey, Schiete. So. 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 Ne, das war meine. So. So. Ja, und der Rest ist unter Wasser gelandet, Yves. Ne. Echt? Ja. Wo? Ja, unter Wasser. Hier, da, 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 das hab ich schonmal. Oh ja, geil, danke. Da, da, da. Da, da. Pissbogen, boah ey, ne, der war von mir. Pissbogen ist meiner. Nein, das ist meiner, den hab ich gefunden. Ja, komm, her damit. Hab ich mir lange erfahren. Moment, jetzt sind wir schon so lange mit der Folge. Ey, wo sind Scheiße, ja, aber warte, warte, ich muss noch mein Zeug, wo, wo, wo ist der Rest? Meine Schuhe, meine Chest. Wo? Unter Wasser. Ich find das nicht. Muss runtertauchen. Ich seh halt gar nichts. Muss runtertauchen, dann in so nen Sugarcane gehen und dann siehst du die Sachen. Da ist deine Chestfit oder meine. Sugarcane? Hast du ein Sugarcane? Ja, die sind hier unten. Geht hier jemand spaziert? Warte. Ich glaub, ich muss mein Texture Pack ausmachen, sonst seh ich nix. Ja, aber das kann... Bitte sammle mir das ein, Hörli, bitte mit. Alles, alles, alles. Alle bitte mit. Das sind Sticks. Bin ich jetzt ein Bimbo oder wat? Ja. Da liegen Eier. Brauchst du nicht, davon hast du genug. Hä, hier ist ein Zombie, der jetzt Boot fährt. Ja, passiert. Echt? Verwundert dich das so? Warum? Doch. Oder bist du rassistisch? Wir dürfen keine Zombies Boot fahren. Nein, natürlich dürfen Zombies Boot fahren. Was fehlt dir denn noch, Eve? Eigentlich ist mein ganzes Inventar leer. Ich hab in die Kiste, die einzige Kiste, die da steht was reingefahren. Da fällt mir grad ein. Ach so. Also meine, meine, ähm, meine Diamond, meine Boots und meine Chestplates sind mir noch wichtig und ich weiß nicht, was ich sonst noch hatte. Cobblestone, Axt, ah ja. So, ich hab sonst eigentlich alles eingesammelt. Ich mach mal den Zombie hier tot. Ey, genug Boot gefahren. Weißt du, mein Puls wieder, mein Puls. Und wir haben nichts von dem gemacht, was wir machen wollten in der Folge. Ja, weil wir jetzt wieder stundenlang dabei waren, die Seite hier zusammen. So, das haben wir noch gefunden. Vorher deine halt. So. Ja, und die Schuhe sind weg, oder was? Nein. Ich seh jetzt zumindest nichts mehr. Vielleicht liegt hier noch irgendwas. Muss mal die Boote weg machen. Vielleicht liegt da unter dem Boot noch was. Beschwer dich halt bei Rotpilz. Echt? Ah, deine Schuhe hab ich auch grad gefunden. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh Gott, danke. Oh Gott sei Dank. Schuhe sind mir immer super wichtig. Ja, äh, Frauen und Schuhe. Oh jetzt, okay, jetzt ist es nicht mehr schlimm, wenn was fehlt. Danke, 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 Ali, danke, danke, danke. Ja, wollen wir dann vielleicht gleich nochmal uns unsere Häuser zeigen, oder wollen wir das dann irgendwann anders machen? Wollen wir das halt schon machen? Wo ist mein Bogen? Dein Bogen? Okay, ich werde jetzt auch offscreen meinen Bogen suchen, sonst zieht sich die Folge noch länger. Das kriegen wir nicht mehr hin. Lief, ich geh tauchen und du machst mal kurz hier Abmoderationskram. Alles klar. Okay, dann, äh, vielen Dank, meine lieben Freunde, dass ihr dabei wart bei diesem ultraspannenden Krimi auf der Suche nach unseren Schätzen, die wir dummerweise haben fallen lassen und verloren. Äh, wenn euch die Folge gefallen hat, gefallen hat, dann gebt doch ihr gerne eine positive Bewertung. Ha, gefallen! Ha, 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 Ha! Und schau beim Early-Boy vorbei, Ha, Ha, Ha! Ha, Ha! Ha, Ha! Tschüss! Ha, Ha! Vielen Dank.